In diesem Video teste ich das Original Prusa Enclosure für den i3 MK3 bzw. Mark IV Drucker. Ich baue die Umhausung inklusive Upgrades auf, teste verschiedene Materialien und berichte dann, ob es sich für den vergleichsweise hohen Preis lohnt. Das Enclosure gibt es seit gut einem Jahr direkt bei Prusa zu kaufen, wurde ursprünglich für den MK3, 3S, 3S Plus entwickelt, ist aber genauso mit dem Mark IV kompatibel, da sich in diesem Bezug nur die Displayhalterung verändert hat. Die Idee ist es, die Wärme vom Heizbett beim Drucker zu halten, um so Materialien wie ABS, ASA oder PC leichter drucken zu können, da diese zu Warping tendieren. Außerdem ist der Drucker so geschützt und es lassen sich Erweiterungen um den Drucker herum montieren, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Bevor ich das Gehäuse nun aufbaue, möchte ich mich noch bei Prusa bedanken, dass mir das Enclosure sowie passende Upgrades und Filamente kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Dies hat auf die Aussagen im Video jedoch keinerlei Einfluss, wie ihr auch noch merken werdet. Konkret haben wir einmal das Basiskit und dazu folgende Upgrades. Das automatische Feuerlöschsystem, das mechanische Schloss, um die Tür vom Gehäuse abzuschließen, das PSU Quick Release System, um den Drucker leicht vom Netzteil nehmen zu können und das Filtersystem. Außerdem gibt es noch eine weiße LED-Beleuchtung, welche ich allerdings nicht bekommen habe und eventuell nachträglich verbauen werde. Beim Hochtragen der Pakete und Auspacken der Einzelteile habe ich erneut bemerkt, was für ein Monster dieses Enclosure ist. Der komplette Rahmen sowie die Basis- und Topplatte bestehen aus Metall und sind mit insgesamt über 100 Schrauben miteinander verbunden. Alle Bauteile sind, wie von Prusa gewohnt, sehr hochwertig und ich konnte keinerlei Mängel feststellen. Die Aufbauanleitung ist im Prusa-typischen Stil, online und sehr detailliert mit einigen Bildern. Trotzdem gibt es hierbei ein meiner Meinung nach nicht zu vernachlässigendes Problem, und zwar die Anleitung für die Upgrades. In der Hauptanleitung heißt es zwar zu Beginn, dass man die Anleitung für die gewünschten Upgrades vor dem Zusammenbau durchlesen soll und dann anschließend selbstständig an den richtigen Stellen die gewünschten Upgrades zu verbauen. Das stellte sich jedoch als relativ kompliziert heraus, gerade wenn man vorhat, alle 5 Upgrades zu installieren. Dazu sollte ich noch erwähnen, dass ich bereits in meinem Praktikum bei CNC Kitchen solch einen Enclosure inklusive aller Upgrades aufbauen durfte und dort schon nachträglich einiges wieder zurückbauen musste, nur um die Upgrades zu installieren. Jetzt, hier bei meinem Enclosure, hatte ich daher zumindest ein grobes Verständnis von dem Ganzen und bin wie folgt vorgegangen. Zunächst habe ich die Basis nach Punkt 3 in der Anleitung komplett aufgebaut, dann das zusätzliche Netzteil verlegt, welches für die Versorgung von Filter und oder Licht benötigt wird. Hierfür musste ich nur zwei Teile kurz lösen. Dann habe ich den Filter installiert und mit der Störungsplatine verkabelt. Dann das Feuerlöschsystem angebracht. Das kann ich euch auch nur empfehlen zu machen, wenn der Drucker noch nicht ins Gehäuse eingebaut ist, da es sonst nochmal viel enger und umständlicher wird. Danach dann den Drucker installiert und das Netzteil nach außen verlegt. Dann springt man zu Punkt 8, um das Schloss an der rechten Tür zu installieren und dann wieder zurück zu Punkt 4, um den linken Teil der Tür und die restliche Abdeckung einzubauen. Ich hoffe, das hat euch jetzt mal einen groben Einblick davon gegeben, wie der Aufbau des Enclosures in etwa abläuft. Ich habe für das Ganze ca. 7 Stunden benötigt. Ohne das Filmen zwischendurch oder ohne die ganzen Upgrades kann man das jedoch auch in gut 4 Stunden schaffen. Der Aufbau macht auf alle Fälle Spaß, auch wenn es zwischendurch Stellen gibt, die einen in den Wahnsinn treiben können, wie zum Beispiel die Klammern von dieser Löschkartusche oder diesen Ring im Schloss. Trotzdem ist alles machbar und wenn der Aufbau geschafft ist, steht mir mit einer sehr soliden Umhausung da, die perfekt zum Prusa passt. An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass ihr gerne meinen Kanal abonnieren könnt, da ich in den nächsten Wochen noch andere, auch günstigere Enclosures, spannende Upgrades für den Mach 4 und Filamente testen werde. Lasst mich außerdem gerne in den Kommentaren wissen, was ihr euch noch wünscht. Nun zu den Vor- und Nachteilen sowie meiner persönlichen Meinung. Das Enclosure ist sehr stabil und ich mach mir keine Sorgen, hier mehrere übereinander zu stapeln. Auch mag ich, dass das Netzteil wirklich vom Innenraum isoliert ist, man merkt einfach, dass die Umhausung konkret für diesen Drucker entwickelt wurde. Dazu kommt, dass an den ganzen Profilen und Platten zusätzliche Löcher und Kabelbinderhalter sind, um es zu modifizieren und zu erweitern. Es gibt bereits einige Kollektionen auf Printables für druckbare Erweiterungen. Auch die offiziellen Upgrades sind sehr sinnvoll und wirklich praktisch. Gerade der Filter hat eine sehr hohe Saugkraft und auch wenn ich es momentan nicht wissenschaftlich messen kann, fühlt er sich zumindest sehr stark und effektiv an. Ich habe verschiedene Materialien gedruckt und sehr gute Ergebnisse erzielt. Bei diesem ABS-X von Nobufil zum Beispiel hatten sich die Bauteile vorher vom Druckbett gelöst. Mit dem Enclosure und einer Innentemperatur von gut 35 Grad Celsius lief es dann problemlos. Beim Polycarbonat erreichte ich sogar eine Innentemperatur von knapp 40 Grad. Im Grunde sehe ich nur zwei Nachteile. Zum einen ist das der Preis. Stand 25. Juli 2023 kostet das Enclosure ohne Upgrades 369 Euro. Mit allen fünf Upgrades allerdings schon stolze 731,95 Euro. Und das als Kit zum Selbstaufbauen. Trotzdem gibt es hierzu eine Anmerkung. Aktuell kann das Gehäuse beim Kauf eines Mark III bzw. Mark IV Kits für 310 Euro und beim Kauf eines aufgebauten Mark IVs für gerade einmal 210 im Bundel dazu gekauft werden. Gerade für 210 Euro ist es ein sehr guter Deal, bei dem ich persönlich zuschlagen würde. Upgrades wie das Schloss oder Feuerlöschsystem sind vermutlich eher für Unternehmen, Schulen, Makerspaces oder im Allgemeinen öffentliche Veranstaltungen relevant und können für den privaten Gebrauch gespart werden. Auch wenn ein Löschsystem natürlich im Fall der Fälle sehr hilfreich und sinnvoll sein kann. Der zweite Nachteil ist eher allgemein auf Umhausungen bezogen und bezieht sich auf die Wartbarkeit des Druckers. Dadurch, dass das Netzteil und Display nach außen gebaut sind, kann der Drucker, wenn er einmal installiert ist, nicht mehr ganz so leicht herausgenommen werden und im Gehäuse selbst ist es doch relativ dunkel und eng, was ich mir bei kleineren Reparaturen etwas nerviger vorstelle. Außerdem kann man nicht von oben auf den Drucker blicken, da hier eine Metallplatte verbaut wurde. Insgesamt bin ich mit dem Enclosure dennoch sehr zufrieden und kann es euch empfehlen. Gerade wenn ihr an einem wirklich stabilen Gehäuse interessiert seid oder die Upgrades benötigt, seid ihr bei diesem Enclosure genau richtig. Falls euch der Preis zu hoch ist, ich stelle bald noch eine Alternative vor, die wesentlich günstiger ist, dafür aber auch mit weniger Features kommt. Vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.